Ich rufe die geistige Welt. Ich wünsche heute noch tiefer in die geistige Welt gehen. Und ich bin heute hier, um mit jemandem in Kontakt zu treten. Und ich bitte heute, um einen freundlichen, friedlichen Kontakt zu euch in eurer Welt. Mein Name ist Vido. Grüße euch, meine lieben Seelen und Geister. Mein Lieben Seelen. Geister. Hier ist der Hintergrund. Musik. Diese Musik soll als Trigger dienen. Um euch mit euch noch besser zu verständigen zu können. Wie geht es euch, meine lieben Seelen, heute? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich könnte auch hier das Katz-Valmeter benutzen. Wo das grüne Lähmschild ist. Ich würde auch nicht mehr leuchtet. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr könnt es gerne berühren. Da leuchten nur die Lämpchen auf. Dann weiß ich, dass ihr da seid. Dann weiß ich, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Und all die anderen, die mich hören können. Ich grüße auch ganz herzlich die Sylvia. Und mein Opa kocht. Ich grüße auch ganz herzlich. Ich grüße auch ganz herzlich. Ich grüße auch ganz herzlich. Wie geht es euch, liebe Söки? Ich grüße auch ganz herzlich. Ich grüße auch ganz herzlich. Das ist und ich grüße auch nicht. Auch wieder zu euch. Wenn ihr da seid, könnt ihr gerne zu mir kommen. Das kann zwei Meter mal berühren. Nur wenn ihr wollt. Ja. 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 Bitte sind heute bei mir. Ja. 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 Das kommt ruhig Schnee. Ihr braucht keine Angst zu haben. Nein. Hilf uns. Wie kann ich euch helfen? Ja. Ja. Wie kann ich euch denn helfen, meine lieben Seele? Chao. Ja. 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 Hilft euch die Musik besser zu antworten? Lass uns die Musik besser zu antworten? Hübschü, bin so ein Faschen. Eve? Hallo Eve! Iris! Hallo Iris! Seid die Küse! 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 Da ja heute Quartaltag ist habe ich gedacht, kommen wir zu euch, liebe Geisterwelt, um mit euch zu kommunizieren. Wird nur gerade gesagt, ich liebe dich. Sylvia, sagst du das? Ich liebe dich auch. Wie gesagt, ich brauche keinen Außerraum, ihr seid hier bei mir herzlich willkommen. Ihr könnt gerne näher kommen, auch das Platz 2 Meter prüfen, ihr könnt euch neben mir sitzen, mich berühren. Ich habe keine Angst vor mir zu haben. Ich liebe dich. Das war's. Meine lieben Geister, Seelen, ich werde jetzt noch eine andere ausprobieren, vielleicht konnte ich auch besser kommunizieren, ist klar. So, meine lieben Geister und Seelen, ich habe jetzt eine andere App an, darüber könnt ihr mit mir auch kommunizieren. So, meine lieben Geister. Ja, da ist er. Das ist mein Opa Kurt Fischer auch anwesend. Kurt Fischer bist du da? Ja? Ja? Hallo? Hallo Opa Kurt Fischer. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja? Ich hoffe es geht dir gut, dort wo du gerade bist. Ja? Ich bin dein Vater. Ja? 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 Ihr könnt auf die Musik hören und darauf antworten. Die Musik soll als Trigger dienen. Gibt es irgendetwas, was ich für euch durchkomme, meine lieben Geister und Seelen? Die Musik soll als Trigger dienen. 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 Die Musik soll dann für Trainilion. Oh, der Musik soll dann das Er der Lauf. Ich werde jetzt noch eine andere App ausprobieren. Jetzt kicke ich weiter. Meine Liebensgeister, Seelen und Entitäten. Ich habe euch ja letzte Woche Sonntag besucht. Ich habe da festgestellt, dass wir neu zusammengedachtig waren. Die neben Silvia Fischer liegen. Wenn ihr mich hört, könnt ihr euch auch gerne bemerkbar machen und auch mit mir kommunizieren. Ich werde euch auch zeigen über das K2 Meter. Ich brauche das nochmal zu berühren. Da leuchtet ein Lenschen auf. Ich werde euch auch gerne bemerken. Und die Musikwettergrund soll euch helfen, besser Kraft zu nehmen und mit mir zu kommunizieren. Wie findet ihr denn die Musik? Das freut mich aber. Das beruhigt. Ja? 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 Meine lieben Gesellen, Geister, Entitäten, ich werde auch gleich die Sitzung wieder beenden. Habt ihr auch vielleicht noch was? Eine letzte Botschaft, bevor ich die Sitzung beende? Spricht bitte jetzt. Ich bin schief. Ich bin schief. Ich bin schief. Danke. Das war's für heute. 3 1 2 3 4 4 5 5 5 6 8 5 Meine lieben Sohle, Geister, Ich werde jetzt den Sitz und beenden. Ich bedanke mich für euch, dass ihr da seid und mir einige Antworten gegeben habt. Ich bedanke mich bei euch beiden auch und natürlich bei allen anderen. Ich verabschiede mich nun mit den folgenden Worten. Ihr bleibt in eurer Welt und ich in meiner Welt. Geht hin in dich zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. 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 Wood gjort auf. Tschüss. Tschüss. rid